Ich schneide wieder zwei Funktionen, eine Hyperbel und eine Gerade. Und das Gemeine ist, dass bei dieser Gerade ein Parameter vorkommt. Das heißt, mich interessiert die Zahl der Schnittpunkte in Abhängigkeit von m. Klingt erstmal komplex, aber bei Schneiden muss man gleichsetzen. Nicht viel nachdenken, einfach machen. 1 durch x gleich mx plus 3. Und wenn man so eine Gleichung hat, dann ist klar, dass das x im Nenner immer nervt. Und man bekommt es weg, indem man mal x macht. Also alles mal x, hier mal x, hier mal x, überall x dazu. Bei einer Gleichung alles mit x multiplizieren und an der Stelle kürzt sich das x weg. Es bleibt nur eine 1, deswegen habe ich es gemacht. An der Stelle habe ich ein mx² und dann kommt ein plus 3x. Ich sehe hier ein Quadrat und deswegen laufe ich Richtung Mitternachtsformel. Mitternachtsformel. Dazu muss ich alles auf eine Seite bringen, minus 1. Also 0 ist mx² plus 3x minus 1. Ich habe eine Mitternachtsformel. A gleich, in diesem Fall m, ein Parameter. B gleich 3, c gleich minus 1, minus. Oh, sauber. 1, minus 1. So. Und jetzt habe ich die Zahl der Schnittpunkte. Also nicht den Schnitt selber, sondern die Zahl. Und das bedeutet, ich gehe jetzt Richtung Diskriminante. Die Diskriminante war b² minus 4ac. Und die Frage ist, ist die Diskriminante gleich 0, größer 0, kleiner 0? Dieses b² minus 4ac, das ist b², b ist 3. Also habe ich 9 minus 4 mal. a ist mein m, c ist mein minus 1. Das ist ja, kann ich schöner machen, 9 plus 4m. Das ist also mein d. Jetzt möchte ich mal, also exakt eine Lösung. Exakt eine Lösung. Also, die Diskriminante ist 0. 9 plus 4m gleich 0. Den 9 rüber, minus 9 und dann durch 4, dann habe ich m gleich minus 9 Viertel. Und das ist auch schon eine Antwort. Ich habe exakt eine Lösung, wenn m gleich 9 Viertel ist. Jetzt möchte ich vielleicht zwei Lösungen haben. Also, zwei Schnittpunkte. Die Diskriminante muss größer 0 sein. 9 plus 4m größer 0. Wieder minus 9. Dann habe ich m größer minus 9 Viertel. Das ist die Antwort. Zwei Schnittpunkte für m größer 9 Viertel. Minus 9 Viertel. Und keinen Schnittpunkt. Hier. Kein Schnitt. Da muss 9 plus 4m kleiner 0 sein. Und damit ist m kleiner minus 9 Viertel. Habe ich noch eine Farbe, nehme ich grün. Kein Schnitt. m kleiner minus 9 Viertel. Und das kann man sich auch anschauen. Jetzt muss ich es mir ein bisschen merken. Was haben wir hier? Die, genau, da sind wir. mx plus 3. Okay. Hier rüber. GeoGebra. Die erste Funktion war 1 durch x. Und die nächste Funktion, minus 9 Viertel. Bei minus 9 durch 4. Und weiter hier. Und weiter hier. Und x und, war es nicht, 3? Plus 3. Ui. Dann bekomme ich exakt einen Schnittpunkt. Und wenn ich an der Stelle minus 9 Viertel, wenn ich kleiner minus 9 Viertel bin. Also ich mache mal minus 6. Jawohl. Return. Dann finde ich hier keine Schnittpunkte. Und wenn ich größer minus 9 Viertel bin, irgendwas Positives zum Beispiel. Ja. 3. Dann gibt es 2 Schnittpunkte. Und das war die Aufgabe. 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 Untertitelung des ZDF, 2020